als ob leute hat gesagt da kommt wasser rein kommt zurück kommt zurück was macht ihr da wenn jetzt wasser reinkommt hey leute was geht willkommen zu einem neuen video mit dabei ist aj jo was geht und wir werden heute was richtig krasses machen jetzt wahrscheinlich schon auf dem thumbnail gesehen seid auf jeden fall gespannt ich habe einfach knapp 300 euro für das paket was wir hier unten liegen haben ausgegeben wir werden das auf jeden fall gleich zusammen öffnen eine ganz kleine andere sache noch mal voll viele schreiben immer höll das ist ja voll geklaut mit den daily blogs leute ich habe daily blogs schon vor einem jahr mal angefangen auf meinem zweitkanal ich habe es damals halt nur nicht durchgezogen doch aber jetzt werde ich auf jeden fall durchziehen jetzt war ich auch kein gaming content mehr damals ging das einfach nicht jeden tag ein gaming video und jeden tag ein video deswegen leute daily blogs gibt es schon lange das ist irgendwie auch nicht unbedingt irgendwer erfunden im amerikanischen bereich macht logan paul daily blogs jake paul macht daily blogs gefühlt jeder nur noch mal dazu wollte ich einfach mal loswerden jetzt werde ich sagen packen wir das paket aus ich bin richtig gehypt ich hab so bock alter das wird so nice let's go hier haben wir das besagte paket wofür ich fast 300 euro ausgegeben habe ja wir machen es einfach mal auf boom 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 und ist das schwer ja leute das hier ist ein sorgball so heißen die dinger das ist ein ball wo man als mensch einfach drin gehen kann man kann damit einfach auf dem wasser gehen und so weiter ihr habt sowas locker schon mal gesehen und das geile ist wir haben hier noch eine luftpumpe dazu bekommen das heißt wir müssen das nicht mit dem fuß oder mit der hand oder mit dem mund aufpusten das ding hier den ball sondern das können wir einfach mit dieser luftpumpe hier machen da stecken wir einfach den stecker in der steckdose und dann funktioniert das ganze richtig geiles gerät und damit kommen so krasse videos also freut euch darauf auf jeden fall mal mega lasst auf jeden fall ein abo das kommt täglich um 18 uhr neue daily blogs und es werden richtig kranke blogs auf jeden fall auf euch zukommen deswegen ein abo lohnt sich auf jeden fall aktiviert auf die glocke um keine videos zu verpassen dann bekommt ihr eine benachrichtigung wenn ich ein video hochladen und allein mit diesem ball werden so heftige videos noch kommen wir haben uns so viel ausgedacht jetzt würde ich aber sagen ist es erst mal zeit den ball auszuprobieren dafür fahren wir gleich zum see es ist schon echt spät ist es glaube ich schon fast 8 uhr abends und morgens schule ja aber für euch machen wir das deswegen würde ich sagen machen uns auf den weg zum see und sehen uns dann gleich wieder ich hoffe wir finden da eine steckdose aber das wird schon bis gleich wir befinden uns jetzt hier in der nähe vom see wo wir gleich hingehen werden und hier ist eine tankstelle und hier gibt es eine steckdose und hier blasen wir den ball einfach mal auf so in dieser tüte haben wir den ball einmal transportiert und hier ist eine steckdose also dank auf jeden fall an diese tankstelle hier so wir haben hier gerade ein kleines problem man muss ja erst in den ball und dann den ball aufpumpen aber wir sind noch nicht am see wir sind hier ein paar meter entfernt mal gucken wie wir das regeln ok der ball wird immer größer der sieht auf jeden fall schon mal richtig gut aus und ich gehe gleich rein und da muss ich von hier zum see gehen in den ball oh shit alter so wir stehen hier am see und hier ist der ball aber wir haben ein problem wir wollten den eben nicht ganz an der tankstelle auffüllen weil wir hätten dann über voll viel steine gehen müssen und wir haben dann irgendwie angst dass der kaputt geht der hat halt 300 euro gekostet deswegen warten wir jetzt vielleicht bekommen wir einen generator das wäre natürlich richtig krass aber das steht noch nicht fest jetzt warten wir und hoffen dass das klappt wenn ihr das video seht wird es wahrscheinlich schon klappen wir hoffen trotzdem weiter ok ich stehe hier auf jeden fall vor dem eingang beim see hier wo ich dann mit dem ball reingehen möchte und wir haben keinen generator bekommen wir fragen hier nochmal bei ein paar häusern nach ob die eine pumpe haben wo man keinen strom braucht wenn wir fündig werden melden wir uns auf jeden fall das wäre richtig nice dann können wir mit dem ball da rein mal sehen so ein kollege von uns ein richtiger ehrenmann hat uns gerade ein foto geschickt und er hat so eine pumpe die man einfach überall verwenden kann ohne strom und der kommt jetzt und bringt uns die das wird richtig nice und dann können wir auf jeden fall das video machen und leute jetzt wisst ihr wie viel arbeit eigentlich in so einem video steckt den ball erstmal zu kaufen das waren 300 euro den ball hierher zu bekommen das war auch übel viel arbeit gefühlt das war so schwer dann den ball an der tankstelle aufzupumpen jetzt müssen wir hier gucken wo wir eine luftpumpe bekommen weil das nicht so geklappt hat wie wir uns das vorstellen manchmal klappt es einfach nicht wie man es sich vornimmt da muss man gucken alternativen finden und so weiter und da vergeht einfach voll viel zeit jetzt muss ich auf jeden fall meinem kollegen entgegen kommen deswegen renne ich zum fahrrad fahre entgegen und dann klappt es hoffentlich bevor es dunkel ist es nämlich schon ich glaube kurz nach neun abends ja ich renne mal zum fahrrad so der ehrenmann ist hier und hat uns eine pumpe gebracht und mit der pumpe pumpen wir erst mal den ball auf ich gehe rein AJ pumpt auf und filmt das ganze ich filme im handy vielleicht ein bisschen drinnen let's go bevor es dunkel wird so das sieht hier schon mal gut aus und ich würde sagen ich gehe mal rein so leute ich bin hier am ball hier AJ nimmt die kamera und filmt von außen hier nimmer so leute jetzt geht's los oh mein gawd es gelähnt nochmal richtig ok leute ich weiß nicht ob ihr mich hört aber hier ist es so warm drin und ihr seht wie beschwagene Wände sind aber ich würde sagen wir gehen rein oder ihr müsst mich ja irgendwie wieder rausholen scheiße ich hoffe ihr kriegt mich draus an den blauen Dingern dann festhalten so leute ich stehe hier drinnen alles ist beschlagen AJ steht da draußen es ist wirklich alles beschlagen es ist so crazy ich habe ein bisschen Angst da ist das Wasser ich würde sagen let's go Artus guck mal her wie geil alter Leute hat gerade gesagt da kommt Wasser rein komm zurück komm zurück ey was macht ihr da wenn da jetzt Wasser rein kommt ması 2 oder 3 oder 2 8 Ja perfekt, okay komm Luft, wie warm das war Alter, Leute, 5000 Likes mindestens, oder? Wow, wenn wir 5000 Likes schaffen, dann gibt es auf jeden Fall noch ein paar Videos mit dem Ding Aber selber aufbumpen machen wir nie wieder, oder? Nein, auf keinen Fall Das war viel zu anstrengend, aber da seht ihr, was das für ein Aufwand ist, um ein YouTube-Video zu drehen So was bekommt ihr wahrscheinlich nicht mit Ja, ich muss mich erstmal ausfüllen, ich bin übel kaputt gerade Ja, wenn man keine Luft hat, ist das richtig schwer, ne? Danke auf jeden Fall nochmal an Benedikt für die Pumpe Und dann AJ fürs Aufblasen an euch beide So, ich würde sagen, wir packen diese Riesen-Kugel aus Plastik einfach mal ein Richtig, richtig geil, Leute, wenn ihr mehr Videos mit der Riesen-Kugel sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da Und ich möchte es nicht 100.000 Mal sagen, abonniert auf jeden Fall den Kanal Aktiviert die Glocke und ja, verpasst kein weiteres Video, jeden Tag um 18 Uhr Ja, das war auf jeden Fall, ey, so viel Aufwand für ein Video hatten wir noch nie, glaube ich Nee, safe nicht Alter, es ist jetzt auch schon fast 10, morgen ist natürlich auch Schule Deswegen würde ich sagen, packen wir jetzt ein, machen eine Fliege und sehen uns auf jeden Fall zu Hause wieder So, wir sind auf dem Weg nach Hause, endlich! Oh mein Gott, es hat funktioniert, richtig geil Okay Leute, wir sind endlich zu Hause, wir sind echt froh, dass es geklappt hat Ich glaube, du bist auch richtig kaputt, oder AJ? Ey, das Pumpen war so anstrengend, ne? Ohne Spaß Nicht das Pumpen, was ihr kennt, sondern das Pumpen mit der Luftpumpe Ohne Witz, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen Ich saß ja an dem Ball und ich hatte kaum Luft Die Wände waren beschlagen, es war richtig stickig da drin Und ich musste die ganze Zeit diese Öffnung halten, das war auch nicht gerade geil Ja, es hat geklappt, Leute, ihr seht, manchmal muss man einfach irgendwie Alternativen finden und durchziehen Es gibt immer einen Weg, irgendwas möglich zu machen Weil wir dachten auch schon, das kann nicht mehr gut gehen Ich glaube, das war das aufwendigste Video, was wir jemals gedreht haben Ja, ich glaube auch Deswegen, Leute, würde es mich riesig freuen, wenn ihr das Ganze unterstützt mit einem Daumen nach oben Und abonniert auf jeden Fall den Kanal, es kommen heftige Videos Also wir versuchen auf jeden Fall regelmäßig so ein Content hochzuladen Das geht natürlich nicht jeden Tag, aber ich denke einmal in der Woche, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche ist das schon möglich Abonniert deswegen auf jeden Fall den Kanal, jeden Tag um 18 Uhr gibt es ein neues Video Aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade Kann ich euch nur empfehlen Folgt mir auf Instagram, ich heiße Sotranix auf Instagram Da bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, folgt mir da auf jeden Fall Da lade ich ein neues Bild auch Folgt dem lieben AJ, danke auf jeden Fall fürs Helfen Grüße gehen nochmal aus dem Benedikt fürs Helfen Das war's mit dem Video, ich bin total müde Morgen ist Schule, es ist gleich 11 Wow, ich würde einfach sagen Bis morgen Leute, haut rein und ciao Tschüss Vergiss nicht meinen Kanal kostenlos zu abonnieren Und schau dir auch gerne mein letztes Video an Bis zum nächsten Mal panser wir müssen wir in wir bis zu bis zum nächsten Mal wir Lots nach